Ein Ausflug an den Kaiserstuhl, Deutschlands wärmste Weinregion. Unser erster Stopp, der Winklerberg. Ein steiniger Boden, die beste Grundlage für große Gewächse aus dem Weingut Dr. Heger. Rebecca und ihr Vater Joachim zeigen mir, wo ihre großen Weine entstehen. Und natürlich gibt es auch einen Blick in den Keller, den mittlerweile Rebecca verantwortet. Konsequent arbeitet sie mit größter Sorgfalt daran, das zu bewahren, was im Weinberg entstanden ist. Joachim Heger ist ein Pionier der deutschen Weinwelt. Er hat das Weingut Dr. Heger zu internationalem Ruhm geführt. Doch die Hegers sind bescheiden und verweisen gerne auf die besonderen Lagen, die dem Wein den Ausdruck geben. Die schmeckbare Herkunft, die der Boden in den Wein bringt. Der Ausblick von den Weinbergen, gewaltig. Der Elsass, die Vogesen, Preissach. Eine beeindruckende Weinregion, eine unglaublich sympathische Winzerfamilie. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei Born to be Wein. Untertitelung des ZDF, 2020